Himmlische Superhits auf Radio SAW Mein ganzes Leben habe ich einen Traum verfolgt, aber all die Momente dazwischen, ja, das ist alles, was ich brauche. Das normale Leben, alles was du tust, weil du es eben tun musst oder gewohnt bist, das normale Leben ist schon okay. Aber trotzdem gibt es da diese Momente, die anders sind, dichter, voller, lebendiger. Auf die kommt es Michael Schulte an. Die Momente dazwischen, die, die man nicht machen kann. Diese Momente sind es, die er braucht und liebt. Wir denken immer an das Nächste. Wir machen Sinn aus all dem Durcheinander, aber wir vergessen, dass dies die Erinnerungen sind, die wir machen. Ich vermute, was ich zu fragen versuche ist, wirst du eine Sekunde mit mir anhalten? Ich habe so viel verpasst. Das will ich mir nicht durch die Finger rutschen lassen. Innehalten, das ist vielleicht das richtige Wort für diese Momente, die Michael Schulte besingt. Und wenn das passiert, manchmal sogar zu zweit, dieses Innehalten, dass die Zeit stillsteht, die Fülle des Lebens über dich ausgegossen wird, einfach so, dann sind das die Momente, die sich im Gedächtnis einbrennen und das Leben erfüllen. Manche nennen es Glück, manche Segen, das Wort ist egal. Aber das sind die Momente, die jeder Mensch braucht und die ich jeder und jedem wünsche im Leben. Aus der Kirchenredaktion Olli Weiland, Radio SRW. All my life I've been chasing down a dream, but all the moments in between, yeah, that is all I need.